Also, was habt ihr gemacht? Nichts. Nichts, gar nichts. Wir waren essen, wir haben uns unterhalten. Über was? Über alles Mögliche. Ah ja. Über dich? Über mich? Ja, über dich. Und was habt ihr gesagt? Ich habe mich gefragt, was ich an so jemandem wie dir finde. Nett. Und er hat nicht verstanden, warum ich bei so einem mit dir bleibe. Und was hast du gesagt? Ich habe nichts gesagt. Ich habe zugehört, was er mir zu sagen hatte. Und das ist alles. Ich habe nichts gesagt. Ah ja, du hast nichts gesagt. Nein. Also, so ein Arschloch zerreißte ich den ganzen Abend das Maul über mich und du? Du sagst nichts. Was hätte ich denn deiner Meinung nach sagen sollen? Ja, ich weiß nicht. Ja, siehst du, ich wusste es auch nicht. Warum? Findest du er hat recht? Jetzt fang ich schon wieder an. Nein. Ich frage, du antwortest. Findest du er hat recht? Was willst du eigentlich, dass wir uns anschreien? Die Wahrheit will ich wissen. Weil du glaubst, es gibt eine Wahrheit. Ja, ich will wissen, ob ja oder nein. Findest du, er hat recht? Also jetzt, wo ich dich so angucke, denke ich, er hatte vielleicht nicht ganz Unrecht. Ich bin den Kerl und das schwöre ich dir. Lass ihn in Ruhe, ja? Ach. Du nimmst ihn in Schutz. Dieses kleine Arschloch. Ich hab keine Lust mehr, mit dir zu reden. Dir irgendwas zu erklären. Du verstehst nichts. Erklär es mir. Nein, das bin ich nicht. Erklär es mir. Nein. Bitte. Bei dem Zustand könntest du es mir doch gerne verkaufen, hör nicht? Ja. Dann fuhren wir dann. Ich fände auf. Okay, ist gut. 20. 25. Was ist da auch nun gar nicht? Es la primera vez que vienes a Berlín. ¿Cuánto tiempo te quieres? Venga. Ana, la más marrana. ¿Qué te crees? Hermosa, sofisticada. Ana, anca de rana. Pedos de pana. Sana, sanita, sana. Si no sana hoy, sanará mañana. Pero siempre Ana. Sollten wir ins Bild reinlaufen? Du filmst und wir laufen rein und genau. Punkt, geh nicht weg. Komm mit raus. Kurze Pause. Bis wir nebeneinander liegen. Schliesslich schlafen. Do you speak English? Yes. What does it say here? Here. What does it say? It's all news paper. But what does it say? English man disappeared. Red sea. What? Dead. People. I love it. 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 Vielen Dank.